A.M.R. Wake ist ein ägyptischer Film- und Theaterschauspieler. Bekannt wurde er durch die Filme Sirene, Lachsfischen im Jemen und Lucy, Leben und Karriere. A.M.R. Wake studierte an der American University in Kairo und begann danach eine Karriere am Theater. Obwohl Wake am Anfang seiner Karriere Börsenmakler werden wollte und die Schauspielerei nur als Nebenjob ausübte, entschied er sich schließlich doch Schauspieler zu werden und damit sein Geld zu verdienen. Außerdem beteiligte er sich an der Revolution in Ägypten 2011. Von 1992 bis 2002 war Wake an verschiedenen Theatern tätig und spielte dabei einige Hauptrollen. Er tritt seit Jahren in herausragenden Filmen seines Heimatlands auf und wurde dafür mit einigen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem war Wake in Ghanat al-Shaytin, Dael el-Samakar, D.A.M.L. Hazal, Il Padre el-Ostraniero und 2012 in dem Film El-Shiti Ali fett zu sehen. 2005 spielte A.M.R. Wake in Sirene die Hauptrolle des Mohammed Sheikh Aghiza, wo er erste Bekanntheit im westlichen Teil der Welt erlangte. Weiters war er 2008 als Nebenrolle in der Fernsehserie Die Husseins, im Zentrum der Macht zu sehen. 2011 spielte er eine kleine Nebenrolle in dem Film Contagion. Im selben Jahr erlangte er größere Popularität durch den für einen Golden Globe nominierten Film Lachsfischen im Jemen. Hier spielt er die Hauptrolle des Scheichs Mohammed Ibn Zaydi Bani Tihama an der Seite von Juen M.C. Gregor und Emily Blunt, unter dem Regisseur Lasse Hallström. 2014 folgte für ihn die Nebenrolle des Polizisten Pierre de Rio in dem Film Lucy mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Seit 2014 spielt er in der von Netflix ausgestrahlten Serie Marco Polo die Hauptrolle des Yusuf. Filmografie, 1999 Ghanat Al-Sha Anjatin, 2001 Lili, 2001 Ashabwala Business, 2003 Dael El-Samaka, 2003 Sahar El-Leheli, 2004 Ala Al-Occat, 2004 Menna Sriti, 2004 Kalti Faransa, 2004 Tito, 2004 S.I.B. Wana S.I.B., 2005 Kalam F.I.L. Hope, 2005 D.A.M. El-Khazal, 2005 Sirene, 2006 Children of Streets, 2007 Les Heuhariga, 2008 Das Aquarium, 2008 Die Hosseins Im Zentrum der Macht, 2008 The Shooting of Thomas Wandel, 2009 Al-Gondor Ghi, 2009 Ibrahim Labüat, 2009 Al-Mosefer, 2010 Ver-O-Tor-Atalya, 2010 Rieschnam, 2010 Al-Gamaya, 2010 Il Padre Ello Strangero, 2010 Eisert-Gavitz, 2011 Hekaiet El-Tor, 2011 Durs of 4 Abwa-Belkuf, 2011 Kontagion, 2011 Lachsfischen im Jemen, 2012 El-Shit-Eli-Fet, 2012 Angry Natches, 2013 Flight of Aller Storks, 2013 Odysseus Macht, Intrige Mythos, 2014 Colt 45, 2014 El-Odd, 2014 Lucy, seit 2014 Marco Polo Theaterstücke, 1992 Afarit Hamza W. Fettner als Hamza, 1992 Winnega Tom als Der Teufel, 1993 Crimes of Ararat als Dork, 1993 Al-Gabar Alseede als The Fox, 1994 Tales from Angabat als Held, 1994 Kompass Berserk als Montigu, 1994 The Bus als Amet, 1995 Oedipus Al-Presedon als Prometheus, 2000 Al-Z-T-A-B-Johadet-Aimadina als Journalist, 2002 Shabab Rewishtan als Amet, Auszeichnungen 1999 Alexandria International Film Festival Bester Nebendarsteller Ghanat Al-Shaytin, 2003 Alexandria International Film Festival Bester Hauptdarsteller Dael El-Samaka, 2006 Kairo National Festival For Egyptian Cinema Horus Award als Bester Nebendarsteller D.A.M. El-Khazal, 2006 Kairo International Film Festival Special Award Sirene, 2010 Kairo International Film Festival Bester Hauptdarsteller Il Padre El Ostraniro, 2010 Kairo National Festival For Egyptian Cinema Horus Award Als Bester Nebendarsteller Ibrahim Labuat, 2012 Kairo International Film Festival Special Mention El-Shiteli Fett, 2012 Dubai International Film Festival Moor Erepe Award als Hauptdarsteller El-Shiteli Fett, 2012 Montpellier Mediterranian Film Festival Golden Antiguan El-Shiteli Fett сохран trabajos Duyardeş스�went Sirene, 2011 The post- zur Jannero blood- transfvaluation Guest Did you know And the In artist Push The